Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin zu der Bio, begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu dieser kleinen News. Mir wurde heute was zugetragen und das möchte ich gerne mit euch teilen und zwar geht es hier um das Add-on OMSI 2 München, welches bereits am 2. September ein Release-Datum bekommen hat und das, wie gesagt, möchte ich euch hier heute zeigen und zwar erscheint das Ganze jetzt wohl am 5.9.2019, also bereits morgen als Download via Steam und es kommt aber auch noch im Handel, das allerdings erst ein paar Wochen später und da geht es um den 26.09. drum. Der Preis liegt hier laut Aerosoft bei 24,99 Euro. Wir werden uns das Ganze dementsprechend natürlich anschauen. Sobald dieser morgen erhältlich ist, werden wir da definitiv einen Livestream gleich dazu abhalten. Wenn ihr mehr sehen wollt davon, denn schaltet ein, würde ich mich freuen und sonst heißt es einfach wieder frohes Weiterfahren hier in OMSI 2. Sobald dieser morgen, wenn ihr euch schaut, wenn ihr euch hier seid, würde ich mich freuen, wenn ihr euch hier seid, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017